Grüßt euch meine Lieben! Es liegt mittlerweile sehr lange zurück, dass ich über eure Jackpot ein Video veröffentlicht habe, aber jetzt wird es wirklich Zeit. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Lasst uns mal einige kritische Sachen hinterfragen und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Für mich, wer das Spiel spielt und der Meinung ist, Millionär zu werden, ist psychisch gestört. Natürlich gibt es immer mal Gewinner, aber es gibt auf andere Seite haufenweise viele Verlierer, über die niemand spricht. Und dass der Veranstalter das Ganze extra so konzipiert hat, das hat alles seine Gründe. Frage Nummer 1. Warum gibt es bei eure Jackpot nie eine Panne? Habt ihr schon mal irgendwelche Videos mit Pannen gesehen, wo vielleicht mal ein Moderator oder irgendein Sprecher sich vor der Kamera stellt und sagt, okay, das und das und das ist passiert? Nein, die Zungen sind frisiert, sie sind geleckt, sie sind wie aus dem Buch, weil sie einfach mehrere Zungen tätigen und letztendlich das veröffentlichen, was sie wollen. Apropos, Frage Nummer 2, was Zungen angeht. Ich zeige euch das mal hier unten. Ich kann das mal gerne vergrößern. Ihr seht selbst, die Kugeln sind nicht sortiert. Warum nicht? Hier kann man zum Beispiel von 1 bis 10, hier 11 bis 20 und so weiter. Das hat alles seine Gründe. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist zum Beispiel jetzt, ich weiß, das klingt dumm, aber es ist so. Der Zufall ist für in dem Fall 23.06.2023 so bestimmt, dass die Ziehung nur einmal getätigt wird. Also die Ziehung darf nicht zweimal, dreimal mit gleicher Kugel getätigt werden, sondern nur einmal, weil der Zufall genau für diese eine Ziehung bestimmt ist. Zum Beispiel bei unserer 649 Lotterie werden erst mit Kugel 50 die Zahlen gezogen. Die richtigen Kugel kommen im Nachhinein einmal rein und werden auch einmal gezogen. Das bedeutet, dass der Zufall wirklich auch so bestimmt ist. Aber die Tätigen mehrere Reziehungen. Erstens können sie hier etwas aufzeichnen und genau das zeigen, wo, ich sage mal, viele Leute verlieren. Und vor allem, wenn man mit gleicher Kugel mehrere Reziehungen tätigt, dann ist der Zufall quasi erlöschen. Das kann sein, dass ihr vielleicht alle in erster Ziehung mit gleicher Kugel mehr gewonnen hättet als zweite, dritte oder vielleicht fünfte Ziehung. Das wissen wir ja nicht, weil das Spiel ja nicht live ist. So, Frage Nummer 3. MTV Helsinki Finnland. Moment mal, das ist doch ein Euro-Lotterie oder nicht? Also, wenn ich mich in Europa anbiete, dann muss ich halt auch die Ziehung live europaweit übertragen. Was hat denn bitte das Unternehmen zu verstecken? Warum zeigen sie die Ziehung nicht live? Ich meine, man kann doch auf YouTube gehen per Livestream, das kannst du übertragen. Was verstecken die denn hier vor uns? An alle Hirngeschädigten, die der Meinung sind, die Ziehung wird in Finnland übertragen. Das ist letztes Scheiß. Geht doch mal bitte auf dieses MTV, gebt Euro-Jackpot ein und lasst das mal suchen. Da kommt hier, keine Ahnung, was sind das für Sendungen überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Das hat alles mit Euro-Jackpot gar nichts zu tun. Es gibt ja viele verschiedene TV-Sendungen oder auch TV-Programme. Das kann man hier mal durchklicken. Wir haben hier verschiedene Sendungen und zwar Drama, Reality, Lifestyle, keine Ahnung. Also, es gibt hier viele verschiedene Optionen, aber hier gibt es nie irgendwas über Euro-Jackpot. Also, lasst euch bitte nicht verarschen, von wegen, die Ziehung wird in Helsinki übertragen. Das ist das letzte Blödsinn. Sie wollen euch nur das Geld aus der Tasche ziehen. Also, das waren schon mal drei kritische Hinterfragen. Frage Nummer 4. Die Ziehung findet doch im Finnland-Hilsinki statt. Also würde man meinen, dass der Rechner und die Gewinnauszahlungen auch dort stattfinden. Aber nein, der Rechner steht im Nordrhein-Westfalen. Warum eigentlich die Ziehung findet in ein ganz anderes Land statt? Die Zahlen werden in ein ganz anderes Land übermittelt. Und ein ganz anderes Land übermittelt euch dann wiederum die Gewinnauszahlungen. Warum? Ich verstehe das nicht. Was haben die Jungs da oben für Probleme? Sind sie korrupt? Sind sie kriminell? Sind das Abzocker? Ist das Mafia? Sind das Verbrecher? Warum ist das so? Ich verstehe dieses ganze Konstrukt nicht. So, kommen wir jetzt mal zu Euro-Zahlen. Es gibt mittlerweile zwei Mehr-Euro-Zahlen, also zwölf. Das bedeutet, die Gewinnwahrscheinlichkeiten haben sich enorm verschlechtert. Und vor allem, man sollte eigentlich statt 5 aus 50, 6 aus 50 ziehen. Denn wenn man hier schon mal zwei Kugeln einführt, dann soll man vielleicht auf der anderen Seite auch mehr ziehen. Ist aber auch nicht der Fall. Also auch hier hat sich das Ganze für uns verschlechtert. Jetzt frage ich mich, was das für einen Sinn hat, Euro-Jackpot zu spielen. Erstens sind die Linien viel zu teuer. Zweitens, ihr geht ja mit der Gesellschaft eine Art Vertrag ein, aber ihr kennt die Konditionen nicht. Ihr wisst nicht, was der Vertrag tatsächlich beinhaltet. Es sei denn, der Vertreter legt euch zum Beispiel die Dokumente direkt vor. Das wäre genau das Gleiche, als würde die Gesellschaft euch die Zungen live vorlegen oder vortragen. Das ist aber nicht der Fall. Stellt euch mal vor, ihr schließt am Telefon eine Versicherung ab, wisst ihr aber gar nicht, was die Versicherung alles abdeckt. Dann passiert ein Unfall. Erst dann kommt die Versicherung und sagt ihr, das sind meine Konditionen. Würde kein Mensch machen. Aber auf eure Jackpot spielt jeder. Warum? Weil man versucht, euch psychologisch mit irgendwelchen Fake-Jackpots rumzuködern oder umzuködern, dass ihr auf jeden Fall mitspielt. Natürlich, ich sage nochmal, es gewinnen viele Menschen, aber ihr müsst überlegen, wie viele auf der anderen Seite verlieren. Also die Masse ist viel, viel höher. Sonst würde doch die Gesellschaft keine Kasse machen. Und dass sie Leipzigungen vorenthalten, das ist ja für mich in meinen Augen absolutes No-Go. Und vor allem, ganz ehrlich, würde das irgendeine, keine Ahnung, arabische Großfamilie machen, würde man sagen, ja, Geldwäsche, bla bla bla. Aber die Kollegen aus Finnland dürfen sowas machen. Das ist keine Geldwäsche. Es ist ja alles ganz legal. Und vor allem, dass Kuriöse bei der ganzen Geschichte ist, das Spiel ist dermaßen unseriös, dass immer Polizei dabei sein muss. Also mehr muss ich dazu wirklich nicht sagen. Mach's gut. Bis bald. Hört auf, das Geld hier zu investieren. Ciao.